Dann mal auf zu Part 2 von Episode 2. Also wir sollen mit Kero die Lebensmittel finden, die im Dorf versteckt waren. Ich weiß zwar, wir müssen erstmal dann weiter rumlaufen, weil der uns sehr viel von Eldari erzählen will. Dann denke ich, ich weiß nicht, nee. Du hast vorhin von den Garten gesprochen. Ich bin neugierig und wüsste gerne mehr darüber. Ja natürlich, gerne. Was möchtest du wissen? Also eigentlich alles, was du weißt. Ey, jetzt ist das richtig schnell. Mein Gott, es spackt gar nicht mehr rum. Haha, das ist ein bisschen zu kompliziert. Ich kann dir nicht alles auf einmal erklären. Hm. Sagen wir, die Garte von L ist in vier Teile aufgeteilt. So wie ich es gerade erzählt habe. Hast du es soweit verschaffen? Ja, das scheint mir nicht besonders kompliziert. Warte, es kommt noch. Auch wenn es nicht viele gibt, so herrscht doch eine Hierarchie unter den Garten. Wie du bereits weißt, steht am Kopf jeder Garte eine Person. Die erste Garte ist die Lichtgarte. Sie ist einer bestimmten Elite vorbehalten. Die wichtigsten Personen des Haikyuu sind Mitglied dieser Garte. Ihre Mitglieder kümmern sich um die Führung der anderen drei Garten. Hübsches Wappen. Und die Person, welche die Garte anführt, ist Miyiko. Du solltest sie ja mittlerweile kennen. Ja, sie ist einer der ersten, die mir begegnet waren. Ich erinnere mich an ihren Namen. Was? Fugsmädchen. Weißt du, wenn man sie das erste Mal trifft, wirkt sie nicht besonders freundlich. Aber eigentlich ist sie sehr lieb. Sie hat einfach einen schwierigen Charakter. So kann man es auch sagen. Da kann man nichts machen. Also, wo war ich stehen geblieben? Du sprachst von der Lichtgarte. Ach ja, zu diesem Thema habe ich, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Komm, wir suchen weiter. Den Rest erkläre ich dir auf dem Weg. Ich finde dieses Schwert immer noch sehr schön. Ich lass es haben. Was sind das für andere Garten, von denen du gesprochen hast? Sag mir, wenn ich zu viele Fragen stelle, okay? Keine Bange, ganz im Gegenteil. Es freut mich zu sehen, wie sehr du daran interessiert bist, wie es bei uns läuft. Nach der Lichtgarte stehen die anderen drei Garten auf dieser Hierarchiestufe. Auf einer Hierarchiestufe. Der Unterschied besteht in ihren Spezialisierungen und den Aufgaben, die den Fähigkeiten ihrer Mitglieder entsprechen. Die Absinthe-Garde ist spezialisiert auf Alchemie und alles, was das Brauen von Drängen angeht. Einige sehr ausgefallene Spezies der Fairies sind in dieser Garde, wie zum Beispiel die Elfen. Also, er gewiss nicht. Das Warte, ich weiß, ist da Ezarel? Ezarel? Ja. Einer von ihnen, Ezarel, ist mit dem Kopf immer woanders. Du weißt schon. Der mit dem blauen Haar. Ach ja, der, der mich vorhin so erschreckt hat. Genau der. Und die anderen zwei Garten? Lass uns weiter nach den versteckten Lebenswerten suchen und ich erkläre dir auf dem Weg mehr. Versprochen. Du hattest versprochen, mir mehr zu erklären. Du bist wirklich ungeduldig, was? Mal sehen, ob du alles behalten hast, was ich dir erklärt habe, okay? Wenn du willst, warum nicht? Perfekt. Also, was genau ist die Lichtgarde? Die Garde, die auf Alchemie spezialisiert? Ja, das ist die Absinthe. Die Garde, die über allen anderen steht. Sehr gut. Dann würde es dir bestimmt auch nicht schwer fallen, den Rest zu behalten. Ja, na klar. Ich bin ja auch eine gute Schülerin. Oder ich bin einfach ein sehr guter Lehrer. Ah, ein Rabe. Jedenfalls gibt es neben den anderen Garten von L noch die Schattengarde. Sie spezialisiert auf... Sagen wir auf Erkundungen. Aber auch auf alles, was im leeren und weiteren Sinne mit Geheimhalt und Informationsbeschaffung zu tun hat. Also eine Art Spionengarde. Im Kopf dieser Garde steht Nefra. Du weißt schon, derjenige, der uns freundlich darum gebeten hat, für ihn die gestohlene Lebenswerte wiederzufinden. Ja, ich erinnere mich. Es gibt es... Es bleibt nur noch die letzte Garde über... Denn... Dann weiß ich alles über Eldar. Ach ja. Von wegen. Du weißt eigentlich ein bisschen mehr über die Garde von L. Unsere Welt ist viel zu groß und zu komplex, um sie mal eben im Vorbeigehen zu erläutern. Ich glaube, dass nicht einmal alle Bücher der Bibliothek zusammenreichen werden, um die gesamte Geschichte von Eldaria zu kennen. Oh. Zum Abschluss erzähle ich dir von der letzten Garde, die Obsidian-Garde. Zu ihren Mitgliedern zählen die stärksten Spezies von Eldaria und im Kampf sind sie nahezu unbesiegbar. Hübsch. Zusammenreißen, Yazzie. Dieser Garde wird von Valkion geleitet. Vielleicht ist er dir nicht aufgefallen. Er redet nicht besonders viel. Doch, ich erinnere mich an ihn. Jetzt weißt du über unsere Garde Bescheid. Fühlst du dich jetzt weniger verloren? Ich fühle mich jetzt sicherer. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wer dieser, äh, Jemen ist. Jemen ist die rechte Hand von Meiko. Ihm obliegt die Sicherheit des Haikyus. Wes- Haikyu. Weshalb er auch den Auftrag hatte, dich einzusperren. Ich verstehe. Und du? Du bist Kero, richtig? Oh, wie mies ist's. Oh. Oh, du erinnerst dich an meinen Namen? Also eigentlich ist Kero ein Spitzname, mach ich, egal Name lauter Kero-Shan. Kero-Shane. Kero-Shane. Ich glaube, Shane gefällt mir besser. Kero-Shane. Ich bin Mitglied der Lichtgarde mit Meiko und Jemen. Ich kümmere mich um die Bibliothek und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Posten scheint wie für dich gemacht. Danke. Und jetzt, wo ich so darüber nachdenke, weiß ich gar nicht, wie du heißt. Nicht so schlimm. Niemand braucht sich den Namen einer Kriminellen zu merken, stimmt's? Nimm es uns nicht übel. Wir machen hier nur unsere Arbeit. Ich glaube, das ist ungesund. Ich weiß. Ich weiß. Ich heiße Yasinia. Das ist ein sehr hübscher Name. Oh, wenn du wüsstest, was Yasinia bedeutet. Danke. Kero-Shane hat mir ein Zeichen gegeben, ihm zu folgen. Er wollte mir das Riff Fugium zeigen. Pass auf, dass du dich hier nicht verläufst. Bleibe bitte bei mir. Ey, die Häuter sehen hier voll abgefahren aus. Und wir haben einen großen Platz überquert, bevor wir an einen ruhigeren Ort kamen. Wie schön. Der Fugium von L. Äh. Keine Ahnung. Na gut. Im Haikyuu haben wir nichts gefunden. Ich gehe also davon aus, dass der Kleine die Lebensmittelration irgendwo versteckt hat. Ja, nee. Ist klar. Lebensmittelrationen? Ihr rationiert das Essen? Alle ausreichend zu ernähren ist bei uns sehr kompliziert. Deshalb sind wir gezwungen zu rationieren. Ja. Sag Bescheid, wenn du die Ration findest. Tutorial zum Einsammeln von Objekten starten. Es kann vorkommen, dass sich im Bild Gegenstände verstecken. Manchmal verbergen sie sich gut. Ja. Hier findest du den Gegenstand, den du suchst. Klicke drauf. Darauf. Ja. Du hast eingesammelt. Lau. La. 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 Super. Sag bloß, du hast echt ein Auge für solche Dinge. Wir können das Brot also wieder an seinen Brot zurückbringen. Genau. Wenn es einem vorgezeigt wird, hat man ein Auge für sowas. Aber danke. Punkt. Punkt. Ich Herr gerade, einen inneren Kampf auszutrauben. Ich leise trotzdem an kein Stück Brot zurück. So hat der kleine Junge wenigstens etwas, wenn er zurückkommt. Aber kein Wort zum Mikro. Versprochen. So oder so kann ich ihr sagen, was ich will. Ich habe nicht wirklich den Eindruck, als würde sie mich mögen. Du hast einen Schafen, verstand ja sie mir. Also, die Person. Meine Heldung. Entschuldige bitte, ich muss dich mit meinen Fragen wirklich gemein, aber was ist dieses Refugium von L? Es ist ein Dorf innerhalb des Hauptquartiers. Dort nehmen wir die Einwohner von Eldaria auf, die eine Unterkunft benötigen, bis sich die Situation stabilisiert hat. Ein Refugium und eine Garde, die Konflikte löst. Man könnte meinen, ihr befindet euch im Krieg. Nein, wir sind nicht im Krieg. Aber es gibt viele Dinge, die geregelt werden müssen. Los, lass uns zurückgehen. Wir sind zurück in das Hauptquartier gegangen. So, alles ist an seinem Platz. Kero, kannst du mich nun wieder nach Hause schicken? Es tut mir leid. Was dir gesagt wurde, entspricht leider der Wahrheit. Der Weg, den du gegangen bist, ist nur in eine Richtung offen. Diese Welt wieder zu verlassen, ist deutlich schwieriger. Aber gibt es nicht irgendeine Möglichkeit... Ah, Kero, du konntest die Lebensmittel also... Esarell hat mir einen Blick zugeworfen und hat sich in seinem Elan gebremst. Ein breites Grinsen zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. Du... Du bringst dich gerade mächtig in Schwierigkeiten. Warte, sie hat mir geholfen. Tatsächlich ist sie diejenige, die die Lebensmittel wiedergefunden hat. Ehrlich? Möchtest du mir nicht dabei helfen, Meiko davon zu überzeugen, sie hier bei uns oder im Dorf zu lassen, bis wir sie zurück zu sich nach Hause schicken können? Ich weiß nicht. Was habe ich denn davon? Äh... Zu einer doppelten Rotten Honig und ein paar Kekse würde ich nicht Nein sagen. Zu Honig und Keksen? Was ist so ein kleines Kind? Egal. Mit Keksen kann man mich ja eigentlich auch locken. Aber nicht weiter sagen. Okay, okay. Ich überlasse dir meinen Anteil. Du bist so großzügig. Ich glaube, Kero wurde ausgetrickst. Danke. Das ist wirklich lieb von euch zwei. Du kannst uns danken, nachdem wir Meiko überredet haben. Du weißt doch noch gar nicht, ob du den Kerker tatsächlich entgangen wirst. Okay. Scheinbar ist er nicht sonderlich optimistisch. Was heißt hier optimistisch? Er will dich einfach nur im Kerker sehen. Also gehen wir. Meiko ist ganz bestimmt im Kristallsaal. Dialog schließen. Ersache lächelte auf dem gesamten Weg zu Meiko. Die Situation schien ihn sehr zu amüsieren, auch wenn ich nicht verstand, wieso. Kero Shane dagegen schien allerdings immer nervöser zu werden, je weiter wir voranschritten. Continue. Was mich anging, ich hatte das Gefühl, Steine im Bauch zu haben. Oder Korridor. Ach ne, das sind gar nicht die Wappen, die ich von... die im Episode 1. Das sind einfach nur irgendwelche Wege, die kann man bestimmt später laufen. Meiko befand sich in dem Saal, in dem ich kurz zuvor erschienen war. Sie war in Gesellschaft von Valkion und Nephra. Und einer weiteren Person, die ich zuvor noch nicht gesehen hatte. Ha 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 ha. Leiften. In Anbetracht ihrer Stimmen schienen sie in eine angeregte... Hä? Eingeregte Unterhaltung vertieft zu sein. Das war vielleicht nicht der richtige Moment, um Meiko nach einem Gefallen zu fragen. Leiften, ist alles in Ordnung? Du hast dir auch sicher nichts getan? Keine Sorgen, mir geht es gut. Okay. Vielleicht sollte er sich sein Mantel vielleicht doch überschmeißen. Irgendwie sieht sein komisches Outfit komisch aus. Aber ich, irgendwie mag ich ihn, äh, ihn, also den davor. Das darf nicht wahr sein. Das ist schon das zweite Mal, dass diese Person es schafft, hier einzudringen. Wenigstens hast du ihn rechtzeitig in die Pfad geschlagen? Ich weiß zwar nicht, wer er ist, aber versteht er nicht, dass das, was er tut, der reinste Wahnsinn ist? Er bringt uns alle in Gefahr. Ich verstehe sein Motiv auch nicht. Es tut mir leid. Hätte ich ihn aufhalten können, dann hätten wir ihn ausfragen können. Der maskierte Recher. Nicht so schlimm. Du hast trotzdem das Schlimmste erinnern können. Du solltest dennoch zur Krankenstation gehen und sicher gehen, dass dir wirklich nichts fehlt. Ich kümmere mich um den Rest. Der Mann bückte sich, um seinen Mantel aufzuheben, den er achtlos zu Boden warf. Aber nur, weil du darauf bestehst. Ich sage dir, mir geht es gut. Ja, das ist schon besser. Das werden wir sehen. Niko nahm meine Gegenwart wahr, als der junge Blonde gerade gehen wollte. Hm, Valkion und Nephra. Nephra. Nephra, keine Ahnung. Als sie uns sahen, setzte Nephra ein Lächeln auf, während Valkion scheinbar ungerübt blieb. Oh, wie süß. Der Mann namens Leifton hingegen schien sehr überrascht, als er mich sah. So wie jeder, der mir bisher in dieser Welt über den Weg gelaufen war. Hatte ich nicht gesagt, sie soll zurück in den Keller? Äh, Kerker? Äh, also, wir dachten uns, dass... Kero? Sie hat mir geholfen und ich dachte, dass es unnütz sei, sie wieder einzusperren. Dachtest du, hm? Miko entflammte scheinbar am Ende mit ihren Nerven das Ende ihres Stabes. Entflammte, okay. Während Kero förmlich zu schrumpfen schien. Sie scheint doch ganz nett zu sein und eine helfende Hand zu sich kann doch nicht schaden, oder? Es reicht. Ich ändere doch nicht meine Meinung, nur weil du sie nett findest. Du findest außerdem einfach alle nett. Hm, Kero fing an zu stammeln und warf Ezreal einen flehenden Blick zu. Aber dieser schien nicht einmal den kleinen Finger rühren zu wollen. Dieser Patient sieht ihn sogar. Jemand anderes kam ihm dagegen zu Hilfe. Warum geben wir nicht eine Chance? Man kann doch nie wissen. Ja, außerdem ist sie doch ganz süß. Ach, danke schön. Haare werf. Und dann ist sie auch noch ein Mensch. Sie könnte in manchen Missionen als Köder dienen. Als was soll ich dienen? Und falls sie uns doch keinen Nutzen bringt, können wir sie immer noch im Wald verlieren. Charmant wie ihr und ihr. Falls sie nicht schon vorher aufgefressen wird. Äh, Valkion? Aber ist ihnen eigentlich klar, dass ich alles mithöre? Wann sie das ernst? Na gut, da ihr sie unter eure Fittichen nehmen wollt, unterliegt sie auch eure Verantwortung. Und wenn es doch nicht gut gehen sollte, kommt danach bloß nicht zu mir, um euch zu beschweren. Ich will davon nichts wissen. Miriko ist weggegangen. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Sie hat uns wirklich das Fräulein aufgeheizt? Gibt es Freiwillige? Nur, wenn sie die nötigen Fähigkeiten mitbringt. Um mir das Frühstück zu servieren und sich um mich zu kümmern. Warum verhalten die mich eigentlich? Äh, mal ehrlich, wovon sprecht ihr denn? Was passiert hier? Das Oberhaupt hat entschieden, dass wir uns um dich kümmern sollen. Das bedeutet, dass du einer der Garten von Elbe trittst. Herzlichen Glückwunsch. Alle sahen mich an. Kero wird dir also eine Reihe von wahrscheinlich todlangweiligen Fragen stellen, um herauszufinden, in welcher Garte du arbeiten wirst. Wir sehen uns dann später wieder. Arbeiten? Ich wollte doch eigentlich nur zurück nach Hause, aber ich stecke mit diesem Unbekannten fest. Was sollte nur aus mir werden? Weiter. Episode beenden. Dadadam. Okay. Das war nicht so lang. Dann sehen wir uns zur Episode 3 wieder. Die Eintritt in die Garte von El. Okay. Bis dann. Tschüss. etter付ang. Vielen Dank.